Bei der Pressekonferenz schoss der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp scharf gegen das Ressort von Arbeitsminister Kocher. Das ÖVP-Wirtschaftsministerium verwandelt den sozialen Wohnbau in ein Eldorado für Spekulanten. Günstige Paketverkäufe von Sozialwohnungen, ein Großanleger als Standardgeschäft von Genossenschaften. Man hat das Modell Michael Teuner zum Gesetz erhoben, kritisierte Nepp gemeinsam mit FPÖ-Bautensprecher Mag. Philipp Schrangl die Demontage des sozialen Wohnbaus. Dominik Nepp setzte auch nach und sagte dazu, man hat Spekulanten Zugriff auf das Milliardenvermögen des sozialen Wohnbaus ermöglicht, letztlich im Wege eines wohnpolitischen Gesetzesputsches. Die WGG-Novelle 2022 wurde dem Parlament als Maßnahme gegen Spekulationen im gemeinnützigen Wohnbau verkauft. Leider ist das Gegenteil der Fall, verwies Schrangl auf dubiose gesetzliche Erläuterungen, zu § 10a WGG. Genossenschaften sind steuerbefreit, um leistbares Wohnen zu ermöglichen. Dieser Vorteil geht jetzt durch günstige Kaufpreise an Anleger, die diese Wohnungen dann auch noch frei vermieten dürfen. Das führt den sozialen Wohnbau ad absurdum, attestiert Schrangl ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher, eine Wohnpolitik für Superreiche, Banken und Spekulanten. Laut Schrangl sind offiziellen Dokumenten zu entnehmen, dass Verkaufsüberlegungen an Fuß im Raum stehen. Und Dominik Knepp kündigte weiter an. Wir haben in Wien ca. 180.000 genossenschaftliche Mietwohnungen. Was hier passiert, ist ein Anschlag auf die Wohnsicherheit Hunderttausender Wiener. Die berüchtigte Maggie Thatcher verkaufte den sozialen Wohnbau an die Bewohner. Kocher und seine Mannen verscherbeln Wohnungen an Investoren. Wir werden eine breite Informationskampagne starten, um die Menschen zu informieren.